Das Forum Stadtpark zeigt im steirischen Herbst 2014 ein Ausstellungsprojekt des in Paris lebenden Künstlers und Korators Marc Magnon. Das nennt sich Parallel Borders One, Monuments and Shrines to Capitalism. Es ist eine Gruppenausstellung mit internationalen Künstlerinnen, die sich vor der Kulisse des kollabierenden Kapitalismus und des destabilisierten Ökosystems mit geopolitischer Kulturforschung auseinandersetzen. Zu sehen werden Dokumentationen von bereits stattgefundenen Interventionen sein. Andererseits werden für Graz neue Ansätze bzw. Werke in medial unterschiedlichster Form produziert und präsentiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017